moin leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren tricks und tipps video ja die serie ist fortgesetzt wir haben letztes mal die kategories in den signalen und waypoints eingeführt und heute ist das lang erwartete tutorial wie man denn ein google maps bild auf seine map klatscht das ist ganz einfach dazu gehen wir einmal hier in die startseite von transport fieber gehen unter lexikon transport fieber und dann haben wir unter l luftbilder als konstruktionsvorlage nutzen das öffnen wir einmal mit dem mausrad denn wir brauchen gleichzeitig auch noch alle karten größen so diese zwei brauchen wir und schauen uns doch erstmal diese seite an falls ihr gerade selber dabei seid eine high map zu erstellen darauf also das darauf möchte ich nicht weiter eingehen da gibt es schon genug tutorials da könnt ihr hier gerne terrell.party benutzen und wie man das ganze erstellt wie gesagt könnt ihr gerne bei mario tato vorbeischauen der hat es gut gezeigt ansonsten wüsste ich jetzt aus dem kopf ich glaube maverick hat hat es maverick auch mal gemacht ich weiß gerade nicht ja ich möchte nicht zu viel sagen auf jeden fall auf jeden fall einfach mal bei youtube eingeben transport fieber high map erstellen und ja falls ihr schon eine map habt dann überspringen wir das ganze und ihr steigt dann später wieder ein genau ihr müsst euch merken falls ihr eure map euch erstellt welchen bereich ihr euch erstellt hat welche größe ist auch wichtig und welche größe ihr nachher im game haben möchtet dann schlägt der liebe snowball hier geoportal thüringen vor das ist ja ich glaube das ist ein privatprojekt wo man sich sozusagen high definition satelliten bilder runterladen kann ich komme mit der webseite nicht ganz zurecht wer sich da irgendwie mit auskennen kann mir gerne mal schreiben und mir irgendwelche tipps geben ich habe mir das auf jeden fall angeguckt das geoportal gibt es auch nicht gibt es nicht nur für thüringen sondern ich glaube das gibt es für jedes bundesland aber wie gesagt ich komme damit nicht zurecht ich habe alles probiert und ich zeige es euch jetzt einfach mit google maps deshalb können wir auch schritt zwei überspringen und gehen dann direkt zu schritt drei falls ihr eure eigene map erstellt ist ja klar ihr produziert die high map und müsstet halt hier euer google earth oder google maps bild draufhauen dazu empfehle ich euch ganz einfach google earth ihr könnt auch google maps nehmen aber ich finde dass google earth schärfere bilder macht und falls ihr beispielsweise köln auf eure map haben möchtet könnt ihr das gerne machen ihr könnt jetzt einmal hier von groß ein screenshot machen bringt euch aber alles nichts denn beispielsweise mit meiner größe ja hier das wäre eine kartengröße von fünfeinhalb k das kommen wir gleich zu das ist ich kann es euch kurz zeigen wir haben hier die größen riesig und größenwahnsinnig riesig ist 5k so ist es in unserer sprache und größenwahnsinnig wäre 6k schlussendlich könnt ihr euch ausrechnen fünfeinhalb k liegt zwischen hier und hier falls ihr euch eure eigene map erstellt könnt ihr jede kartengröße nehmen die ihr möchtet aber falls ihr das spiel nicht zu sehr fordern möchtet nehmt bitte hier die standardwerte ich weiß jetzt zum beispiel wie groß meine map ist aber wir nehmen jetzt beispielsweise an ihr möchtet eine 4k das wäre eine große map im maßstab eins zu eins das wären 16 mal 16 kilometer genau wir finden auch im lexikon den bereich high maps erlaubte abmessungen ist natürlich unter dem b unter dem b buchstaben h hier seht ihr die pixel größe der jeweiligen maps das ist auch wichtig denn wenn wir eine große eins zu eins karte erstellen dann haben wir viertausend sieben und neunzig mal viertausend sieben und neunzig pixel ähm dazu müsst ihr logischerweise falls ihr größer gehen möchtet müsst ihr den debug modus aktivieren ähm ansonsten bringt ihr euch einen fehler genau also wir haben nun unsere high map erstellt und wir möchten nun unser google maps bild drauf machen ähm dazu habe ich äh etwas angewendet was jetzt vielleicht etwas blöd klingt ja aber ich habe mir gemerkt wo mein terrap.party äh bereich ist und habe mir aus diesem bereich 16 einzelne bilder gemacht ja das heißt bei mir der schnitt ist etwa hier der autobahn entlang ähm geht dann hier an dem wald entlang und hier unten bei siegburg ist dann auch der schnitt von der karte das heißt ich bin hier hingegangen habe reingezoomt äh habe hier äh sozusagen meine linke obere hälfte von meiner map rausgesucht habe davon mit snipping tool das findet hier findet ihr hier ganz normal bei windows mit dem snipping tool ein bild gemacht das speichert ihr euch ab und bin dann sozusagen immer weiter gegangen na hab hier wieder ein bild gemacht bin weitergegangen hab hier ein bild gemacht und so weiter und so weiter bis ich äh bis ich halt 16 bilder oder 16 20 irgendwie so bilder hatte und hab die dann mit photoshop zusammengefügt falls ihr photoshop nicht habt könnt ihr euch gerne gimp runterladen das ist kostenlos und da macht ihr die einzelnen bilder als eine ebene rein macht die transparent und fügt sie zusammen ansonsten wer es nicht so detailliert haben möchte kann auch gerne von weiterer entfernung aber ihr seht schon was möchtet ihr hier nachbauen das geht einfach nicht das heißt ihr müsst einzelne bilder machen und die dann zusammenfügen oder ihr kämpft euch hier mit dem geoportal durch denn da bekommt ihr high definition auflösungen in jeder größe die ihr möchtet aber ich möchte euch zeigen wie es ich gemacht habe denn die leute fragen ja immer genau dann haben wir hier unsere high map high map erstellt das wäre in diesem fall diese hier das ist die fertige zusammengefügte high map aus 16 ich glaube es waren 20 bilder habe ich jetzt einfach mal hier abgespeichert unter test3.jpg das können wir nun gerne öffnen mit gimp das dauert immer ein bisschen ich empfehle euch immer das neueste gimp zu haben das wäre in diesem fall ich glaube es gibt schon ein aktuelleres aber ich habe noch 2.10 drauf und bevor wir jetzt hier irgendwas machen schauen wir mal kurz in den transport fever ordner rein da müssen wir einerseits unter res rein also nicht unter mods sondern in den normalen res ordner in die textures und wo haben wir es terrain denn hier haben wir die level an der strich colors punkt tga die empfehle ich euch zieht die irgendwo euch runter also nicht jetzt irgendwo hinziehen sondern mit steuerung seh und steuerung frau zieht die euch in irgendeinen ordner wo sie wieder findet denn wir machen davon ein backup das steht auch extra da drin dass wir das machen sollen dass wenn das nicht funktioniert dass wir die normale standard transport fever hintergrund wieder haben ja das heißt speichert euch auf dem desktop ab oder sonst irgendwo wo es wieder findet das ist die eine datei die andere wäre noch mal unter res shaders misc und hier speichert ihr euch bitte die terrain underline gen.fs ab alle anderen bleiben eh nur diese zwei dateien werden von uns für das google maps bild umgeändert und dann sind wir hier in gimp wir haben ja wie gesagt unsere unsere google maps oder google earth bild haben wir jetzt zusammengefügt und das möchten wir nun abspeichern dazu gehen wir hier unter exportieren und nun müssen wir den pfad finden das wäre bei mir steams die neu wo haben wir steam apps kommen transport fever und dann gehen wir wieder unter rest textures und terrain dort suchen wir die level colors punkt tga nun wählen wir hier bitte tga aus das wäre genau hier haben wir tga ich mache gerne hier oben wieder die endung weg weil dann ist klar dass es so abspeichern soll er soll es bitte als level.colors äh level underline colors abspeichern mit dem tga genau dann würdet ihr auf exportieren drücken aha ok gut dann lassen wir hier tga drücken auf exportieren und würden das ganze einmal ersetzen ich drücke natürlich ich kann glaube ich äh ne ich drücke also ihr kommt auf ersetzen und dann öffnet sich nochmal ein fenster dann müsst ihr einfach nur auf ok drücken aber ich tue das natürlich nicht überschreiben und dann hätten wir ähm das schon mal geändert so dann können wir das wieder schließen gehen wir nun zu der terrain underline gen fs dazu öffnen wir nochmal schnell unser google chrome oder sonst irgendeinen internet browser den ihr verwendet gehen nochmal unter die lexikon eintrag der luftbild als konstruktionsvorlage und nun sehen wir hier einen quellcode den wir nun in diese punkt fs datei einfügen müssen dazu können wir hier oben den inhalt kopieren einfach mit steuerung c kopieren gehen zurück zu unserem ordner und öffnen diesen ordner auch wieder von mir empfohlen mit notepad plus plus so da wir ja davor eine backup version erstellt haben äh kopieren wir oder markieren wir nicht kopieren sondern markieren wir alles und setzen das vom forum ein wichtig ist hier dass wir nun hier unsere größe eingeben der high map das heißt dafür bräuchten wir wieder das hier ja ihr habt beispielsweise jetzt eine große karte im maßstab ich nehme jetzt maßstab 1 zu 3 gibt es hier gar nicht es gibt 1 zu anderthalb ok ich weiß nicht warum man das so komisch gemacht hat dann nehmen wir einen tschuldigung dann nehmen wir eine mittlere karte im maßstab 1 zu 2 das wären 3073 x 6145 pixel das müssen wir exakt so hier eintragen das heißt 1073 x 6145 hier hinter dem schrägstrich schrägstrich das erkennt das programm nicht da steht was ihr machen müsst hier steht replace your high map size genau mehr müssen wir nicht machen das ganze abspeichern ihr ladet dann transport fever beziehungsweise dann eure map neu und ihr habt dann sowas hier unten drunter wenn ihr das nicht mehr möchtet dann ladet ihr die backup dateien wieder rüber und dann müsste das ganze wieder mit den normalen texturen funktionieren genau falls ihr noch irgendwelche weiteren fragen habt äh probleme oder sonst irgendwas könnt ihr gerne unten in die kommentare reinschreiben ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wieder sehen und bis dahin wünsche ich euch noch was ciao poof o o o o o o